Der Kreis Biedenkopf wurde am 6. Juni 1832 durch ein großherzoglich-hessisches Edikt erschaffen und umfasste im Wesentlichen den nördlichen Teil des hessischen Hinterlandes. Er ging aus den vorherigen Landratsbezirken Gladbach, Battenberg und Füll hervor. 1974 wurde der Landkreis im Zuge der Gebietsreform in Hessen aufgelöst und mit dem Landkreis Marburg und der kreisfreien Stadt Marburg zum Landkreis. Marburg-Biedenkopf zusammengeschlossen Geografie Der Landkreis grenzte Anfang 1974 im Uhrzeigersinn im Nordosten beginnend an die Landkreise Landkreis Waldeck-Frankenberg, Marburg und Wetzlar sowie den Dillkreis und an den Kreis Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen. Geschichte Mittelalter Bis in das 8. Jahrhundert hinein gibt es keine schriftlichen Belege über das Gebiet des Kreises. Allerdings weisen viele Funde auf eine Besiedelung in der Früh-Lathene-Zeit oder sogar noch früher hin. Da schon die Zuordnung der Region in Gaue als frühe Gebietseinheiten sehr schwierig ist, ist eine Zuordnung zu einzelnen Grafschaften nahezu unmöglich. Da diese oft sehr viele kleine Gemarkungen inne hatten und sich dies durch An- und Verkauf, Krieg und Eroberungen oder einfach nur durch Erbschaft häufig änderte. Das Gebiet des Kreises lag in der damaligen Zeit in dem Hessengau und dem Langau bzw. Oberlangau. Eine genaue Darstellung der Besitzverhältnisse ist nicht möglich. Aber aus den Lehnsverzeichnissen des Adelsgeschlechts Epstein lässt sich rekonstruieren, dass das Erzstift Köln im 12. Jahrhundert zwischen den Flüssen Pevdautfee und Alna Rechte über Unfreie hatten. Diese Rechte wurden kurz darauf an die Grafen von Nassau weitergegeben, Welche wiederum die Rechte bis spätestens Anfang der 1190er Jahre an die Herren von Epstein weitergaben, Landgrafschaft Hessen Nach dem Tod des letzten Ludowingers Heinrich Raspe IV. kam es zwischen 1247 und 1263 zum thüringisch-hessischen Erbfolgekrieg unter den Nachfolgern der Landgrafen von Thüringen. Erben der Landgrafen von Hessen, Thüringen waren die beiden Töchter Gertrud und Sophie aus der Ehe Landgraf Ludwig IV. und der ungarischen Königstochter Elisabeth, die 1236 heilig gesprochen als HL. Elisabeth in die Geschichte einging. Gertrud war ab 1248 Äbtissin des Reichsklosters Altenberg bei Wetzlar. Sophie hatte einen Sohn Heinrich aus ihrer Ehe mit Herzog Heinrich II. von Brabant. Sophie von Brabant übernahm für ihren unmündigen Sohn die Regentschaft in den hessischen Landen und ließ sich in Marburg huldigen. Mit Rückendeckung des Erzbischofs von Mainz verweigerten die Grafen von Nassau den Lehnseit. Herzogin Sophie machte die Ansprüche massiv geltend und konnte im Verlauf bis 1263 ihre Ansprüche in Hessen für ihren Sohn gegenüber den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln sowie den Häusern Nassau und Solms zunächst durchsetzen. Die neue Landgrafschaft Hessen wird 1292 vom Kaiser als von Thüringen unabhängiges, den Herzogtümern gleichgestelltes Fürstentum bestätigt. Landgraf Heinrich I. von Hessen wurde der Stammvater aller hessischen Landgrafen. Die Auseinandersetzungen und heftigen Fäden nahmen jedoch kein Ende und zogen sich bis 1336 hin. Sie wurden bekannt als 100-jährige Dernbacher Fäde zwischen den Grafen von Nassau und dem Erzbischof von Mainz einerseits und den Landgrafen von Hessen und der einheimischen Ritterschaft andererseits. Insbesondere ging es dabei um die Durchsetzung der Landeshoheit im späteren Amt Blankenstein, insbesondere in dessen westlichen Teil. In der Magdautfee, dem späteren Amt Bienenkopf, dem Breidenbacher Grund und die Kontrolle der wichtigen Fernhandelsstraße Köln-Leipzig. Die von Köln über Siegen kommen weitern über die Angelburg, Marburg und Eisenach nach Leipzig zog. Zur Absicherung dieser Fernhandelsstraße und zur Durchsetzung seiner Ansprüche errichtete der Landgraf von Hessen die Burgen Wallenfels-Eisenroth. Hessen wollte bei Rot und Neudernbach als Vorburg der Blankenstein und baute Bienenkopf weiter aus. Bereits in der Zeit von 1297 bis 1307 hatte Hessen die Zenten Lora und Fronhausen, sowie das Untergericht des Amtes Blankenstein durch die 29 Kilometer lange mittelhessische Landhegen von der Allerburg bei Rachelshausen bis Odenhausen ade, Lahn gegen Nassau im Westen geschützt. Nach dem Ende der Fäden wurde mit einer weiteren 16 Kilometer langen Landhege vom Kreuzberg bei Bottenhorn bis zur Zeubuche zwischen 1359 und 1374 dk. Sekunden Blankensteiner Obergericht abgesichert. Die damalige Grenzziehung der Außenhege blieb ehemals als Landes- und bis heute als Kreis- und Gemeindegrenze erhalten. Nach mehreren Erbteilungen und Vereinigungen kam es erst durch den Tod Philipp des Großmütigen zu einer dauerhaften Teilung. Danach fiel das Gebiet des Kreises an Ludwig IV. 1307 übergaben die Herren von Breidenbach den Grafen zu Wittgenstein die Orte Dietzrode, Fischelbach, Hesselbach, Niederlasfe und Puderbach. 1387 auch das Schloss Richstein. Seither stellt diese Konstellation nördlich des ehemaligen Amtsbezirkes Blankenstein mehr oder weniger die Westgrenze des Kreises Biedenkopf dar. Bildung des Kreises unter Hessen-Darmstadt Im Großherzogtum Hessen wurden die Landratsbezirke Battenberg, Föhl und Gladenbach am 6. Juni 1832 zum Kreis Biedenkopf vereinigt. Der Bezirk Föhl behielt einen Sonderstatus und wurde nicht vollständig in den Kreis Biedenkopf integriert. Der Kreis wird preußisch nach der Märzrevolution 1848 wurde der Kreis per Verordnung zum Regierungsbezirk Biedenkopf und umfasste die Landgerichtsbezirke Biedenkopf, Gladenbach, Battenberg und Föhl. Bereits vier Jahre später, 1852, wurde dieser aufgehoben und in die Kreise Biedenkopf und Föhl überführt. Im Krieg von 1866 kämpfte das Großherzogtum Hessen-Darmstadt auf der Seite Österreichs gegen Preußen und damit auf der Seite der Verlierer. Gemäß Artikel 14 des Friedensvertrages musste Hessen-Darmstadt am 3. August 1866 U. A. Den nördlichen Teil des Kreises Gießen mit den Ortschaften Vellingshausen, Frankenbach, Hermannstein, Königsberg, Krumbach, Nauenheim, Rotheim und Waldgirmes sowie die Ämter Battenberg, Biedenkopf, Blankenstein, Föhl und Itter an Preußen abtreten. Aus den Ämtern Battenberg, Biedenkopf und Blankenstein formte Preußen einen neuen Kreis Biedenkopf. Den 12. des Regierungsbezirks Wiesbaden in der Provinz Hessen-Nassau Großherzog Ludwig III. entließ bereits am 27. September 1866 seine bisherigen Untertanen aus dem Hessischen Staatsverband. Aber erst am 4. Februar 1867 nahm der preußische Zivilkommissar von Patrau die förmliche Einverleibung des neuen Kreises in das Königreich Preußen vor. Für einige Monate erhielt der Kreis wegen des historischen Bezuges den Namen Hinterlandkreis. Bis er durch einen Ministerialerlass wieder seinen früheren Namen erhielt, diese Struktur behielt der Kreis bis zum 1. August 1932. Drittes Reich bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Aufgrund der Vorgaben in den Sparverordnungen des Reichspräsidenten wurde der Kreis nach einhundertjährigem Bestehen trotz vehementer Proteste am 1. August 1932. Der Nordteilkreis ist mit den Gemeinden ein Dorf Badenberg, Badenfeld, Berghofen, Bibichhausen, Bromsgirchen, Dodenau-Alfer, Fronhausen, Harzfeld, Holzhausen, Eder, Leißer, Oberasfe, Reddichhausen und Renatehausen kam zum Landkreis Frankenberg im Regierungsbezirk Kassel. Dieses Gebiet entsprach dem ehemaligen Amt Badenberg. Der Südteil des Kreises, der umgangssprachlich scherzhaft auch Pan-Kuche-Wörtel genannt wurde, mit den Gemeinden Vellingshausen, Frankenbach, Hermannstein, Königsberg, Krumbach, Nornheim, Rothheim an der Biber und Waldgirmes kam zum Landkreis Wetzlar. Der Hauptteil des Kreises Biedenkopf kam zum neu gebildeten Kreis Dielenburg. Punkt. Bereits 1933 wurde der Kreis Biedenkopf wegen heftiger Proteste aus der Bevölkerung durch ein Gesetz wiederhergestellt. Wobei die an die Landkreise Frankenberg und Wetzlar gefallenen Gebiete und damit ungefähr 40% der ehemaligen Fläche nicht in den Kreis zurückkehrten. Der Kreis umfasste nunmehr 66 Gemeinden, darunter die Städte Biedenkopf und Gladenbach. Der Name Hinterland blieb am Restkreis hängen, er wurde daher auch Hinterlandkreis genannt. Zum 1. April 1944 wurde die Provinz Hessen-Nassau in Anlehnung an die Reichsverteidigungsbezirke und die Gaue der NSDAP in die neuen Provinzen Kurhessen und Nassau geteilt, wodurch der Landkreis nunmehr zur Provinz Nassau zählte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Landkreis durch die amerikanische Militärregierung am 19. September 1945 Großhessen zugeordnet. Mit der Volksabstimmung am 1. Dezember 1946 über die neue hessische Verfassung wurde aus Großhessen das Land Hessen. Zudem der Landkreis fortangehörte, aus der Provinz Nassau wurde wieder der Regierungsbezirk Wiesbaden. Als der Regierungsbezirk Wiesbaden 1968 aufgelöst wurde, wurde sein Gebiet bis zur Bildung des Regierungsbezirks Gießen 1981 dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet. Die hessische Gebietsreform begann im Landkreis Biedenkopf mit den ersten Gemeindefusionen am 1. Februar 1971. Durch weitere Fusionen, bei denen am 1. April 1972 mit Angelburg und Steffenberg auch zwei neue Gemeinden entstanden, verringerte sich die Zahl der Gemeinden des Landkreises bis Juni 1974 auf 50. Am 1. Juli 1974 wurde der größte Teil des Landkreises Biedenkopf mit dem Landkreis Marburg und der kreisfreien Stadt Marburg H. D. Lahn anlässlich der dritten Kreisgebietsreform in Hessen zum neuen Landkreis Marburg-Biedenkopf verschmolzen. Biedenkopf verlor dadurch nach 142 Jahren endgültig den Status einer Kreisstadt. Die Gemeinden Bischofen Niederweitbach, Oberweitbach, Rosbach und Wilsbach kamen vom Landkreis Biedenkopf zum Landkreis Wetzlar. Während die Gemeinden Roth und Simmersbach zum Dillkreis kamen, gleichzeitig fanden zum 1. Juli 1974 noch weitere Eingemeindungen statt. Aus dem Landkreis Biedenkopf traten damit letztendlich sieben Gemeinden in den neuen Landkreis Marburg-Biedenkopf ein. Bevölkerungsentwicklung Politik Kreiswappen und Flagge Die Wappenbeschreibung für das Wappen des ehemaligen Landkreises Biedenkopf lautet In blau ein silberner, goldgekrönter Löwenkopf, der viermal von silber und rot geteilt ist. Das Kreis Wappen wurde am 15. Oktober 1935 genehmigt. Es verweist durch das Löwenmotiv auf die jahrhundertelange Zugehörigkeit zu Hessen und durch den Kopf auf den Namen des Kreises. Am 10. Dezember 1959 wurde vom damaligen hessischen Innenminister eine Kreisflagge genehmigt. Die Beschreibung lautet Zwei rot-weiß gedrittelte Bahnen in verwechselten Farben, belegt mit dem Wappen des Landkreises Biedenkopf. Land und Kreisräte 1832 bis 1838 Ludwig Bötticher, Kreisrat 1838 bis 1848 Eduard Ernst Epp, Kreisrat 1848 bis 1852 Adolf Karl Friedrich Wilhelm Trapp, Kreisrat 1859 bis 1866 Franz Ludwig Emil Röder von Diersburg, Kreisrat 1866 bis 1867 Wilhelm Mayer, Kommissarischer Landrat 1867 bis 1871 Ugo von Strauss und Torni, Kommissarischer Landrat 1871 bis 1872 Eduard von Fiebern, Kommissarischer Landrat 1872 bis 1893 Ludwig Seiberth, 1893 bis 1907 Friedrich von Heimburg 1907 bis 1919 Julius Daniels 1919 bis 1920 Erich Müser 1920 Konrad Emil Zorn, Kommissarischer Landrat 1920 bis 1925 Walter Breuer 1925 bis 1932 Heinrich Kossmann 1933 bis 1937 Alfred Karl Emil Pönisch 1937 bis 1945 Karl Burghof 1945 Gustav Schmidt 1945 bis 1946 Friedrich Reinemann 1946 bis 1959 Friedrich Bachmann 1959 bis 1974 Siegfried Sorge Städte und Gemeinden Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichenbitt zugewiesen. Es wurde bis zum 30. Juni 1974 ausgegeben. Seit dem 2. Januar 2013 ist es im Landkreis Marburg-Biedenkopf wieder erhältlich.